Heute spielen wir mal Sp... Ja, aber wundert euch nicht, er ist ein bisschen besser als ich, deswegen ja. Also, los geht. Ich würde sagen, normal, oder? Schade, dass ich nur live übertragen machen kann, ab jetzt. Bis jetzt. Hä? Wir spielen... Wir spielen auch Film. Ja, wir spielen auch Spielwiese, aber hä? Ach, egal, Leute. Wir verlassen einfach. Was? Äh... Ist mir egal. Pamska-Diegel. Pamska-Sniper, ja. Aber dann nimm du... Aber nimm du... Aber nimm du dann... Nein, spielen wir nicht. Wir spielen nicht, Teams. Ja, aber ich hab gemacht, Spielwiese nicht auffüllen. Okay, Tore, dann nimm du mal die grüne Pump. Ja, sag ich doch. Ne, geht schon. Okay, dann nimmst... Ähm, nein, nein, das ist viel zu laut. Stell dich für normal. Ja, okay. Tore, dann nimm du die grüne Pump, okay? Und ich die blaue. Aber sonst, meinetwegen, können wir alles gleich haben. Und ohne hier und so, ne? Leute, ihr könnt euch ruhig eine F.A. schicken oder so, ne? Wir sind immer für euch da. Um euch mal Tricks beizubringen oder so, sind immer für euch da. Wir sind zwar jetzt vielleicht nicht die besten Spieler, aber wir geben uns Mühe, euch Spaß. Ich nicht. Ich hab aber dafür wieder einen Sniper bekommen. Wechselst du gleich, Team? Gleich. Ich kann auch Team wechseln, meinetwegen. Boah, ich hab einfach schon zwei Snipers gefunden. Eine halbautomatische Snipers und eine schwere. Oh, die schwere. Ohne Skar und so, nur mit schwere. Ach so, ja, 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 ja. Minis und so alles weglegen, aber ohne Fallen und so auch, ne? So machen wir das nämlich und so. Ich brauch ne Pump und zwei Lamas. Äh, ne, ich such gerade eine. Ich brauch halt nur noch blaue Pump und dann halt noch zwei Lamas. Ja, ja, okay, dappeläufiges, ähm, ohnehrenhaft, ohnehren. Oh mein Gott, kann ich mit der neuen Sniper auch spielen oder nur mit der, oder nur mit der Schallgedämpften? Oh, bitte mit beiden, bitte. Oh, bitte. Anstatt die schwere nehm ich, anstatt die schwere nehm ich diese. Hey, wieso, was ist da drin jetzt anders? Die ist schlechter als die andere, schwere. Ich kann damit nicht gut sehen. Ja, dann such du dir doch auch einfach eine. Probier du dir auch eine zu suchen. Ja, probier's doch einfach. Du suchst ja noch nicht mal mehr danach. Also. Hier ist meine Lieblingssniper. Ja, okay, wem ready. Wow, direkt neues Revolver. Darf ich das neue Revolver mitnehmen oder nicht? Okay, dann... Okay, ich such jetzt noch zwei Lama-Leute und dann bin ich ready. Guckt natürlich wieder keiner zu. Wir müssen erst mal ein paar Videos machen, damit die uns auch finden und so. Boah, es glotzen sich wieder zwei Lamas an. Oder wenn man mehr Videos sozusagen hat. Wir haben ja jetzt erst fünf Videos oder so. Damit kann man ja auch Geld verdienen, ne? Wie, dafür? Muss man dafür eigentlich was bezahlen für YouTube? Also, ohne Heilung, ohne Traps, ohne... Ja. Okay, ich bin ready. Hast du... Warte, ich wechselteam. Nein. Nein. Hab gerespawned. Ja. Also, Leute, haut die 50 Abos voll auf, wenn gerade keiner zuguckt. Trotzdem, bitte, bitte, bitte. Guck, ich sag doch, ich bin schlecht mit der Neuen. Ja, meiner baut schon wieder, ne? Fettchen. Kein Dank. Danke, aber eigentlich ist er eher besser, Leute. Ja, muss natürlich auch mit schlechteren Waffen spielen, dann und so. Ihr kennt Jungen. Boah! Was war das für ein Hit, Alter? Unendlich war Hit, oder was? Oh, kein Baubetzel. Hey, Leute, ich hab's zwar noch nie gesagt, nur ich kann nicht gut bauen. Trickshot. Hab ich dich getroffen? Ich treff grad wieder gar nix, Alter. Mann! 500 Trilliarden, da hängt es mir wieder, ich hatte einer fehl. Naja, ist egal. Aber Tore spielt auch noch extra schlecht. Er würde mich so rasieren, wenn er ernst machen würde. Ich probier's los, Gubb. Oh mein Gott. 150er. Äh. Ja. Ich bin halt komplett schlecht, ne? Danke. Boah, das lädst du mich so weg. Boah. Boah, ich verkack grad komplett. Hey, Lan, was war das? Nein! Wie viel AP? Wie viel AP? Hä? What? Ich hatte da einen Sniper-Hit. Achso. Ach ja, ja, ja. Ich schieße jetzt auf eine AP. Ach, ne, bla. Ja. Man muss sagen, er spielt aber auch schlecht. Äh, nee. Wie? Boah! Das drückte mit einem fetten Hit. Ich werd sterben. Aber hat noch ein 550er kassiert. Hehehe. Ja. Leute, ich sag, er ist richtiger Schwitzer. Manchmal guck, wie er baut, Leute. Er tut grad so richtig aus, Schwitzer. Oh! Du hast 5... 540 AP. Ich hab mir vorhin nämlich 55er gegeben und jetzt grad ein 100er. Ich guck mir einfach 0 zu. 0... Ich guck... 0 zu, 0 Kommentare, gar nichts, Alter. Ich guck mir mal an. Ja. Hey, Lan. Oh mein Gott. Headshot. Sorry, man. Oha, ich bin runtergefallen. Ich hab grad komplett reingezuckt. Ich bin ganz nach unten. Hey. I don't know, man. Ich muss nachladen. Oha! Oha, aber was ist meine Regel? Ich hab 69 AP. Ach ne, ohne Luftabschießen. Komm, spring runter, lahn. Lahn. Lan, war der knapp. Komm, runter, man. Ja, ja, er ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Ist das dein Ernst? 40er Headshot kassiert und was trafst du mit 280er? Matcht sein Vater. Okay, warte, ich muss eben kurz Schwitzerbildchen machen, Leute. Seht ihr mal, die ich manchmal spiele, wenn ich schwitze. Okay, Leute. Ich bin Reapots. Hey, Lan, guck mal, ne, ich bin die ganze Zeit an den Betrussgang. Warte, 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 nicht mich killen. So, 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 so. So. Oh, fuck. Jetzt übel zu Trickshot. Oh Gott. Oh mein, Tore zeigt sich nicht. Okay. Mann, bitte bau doch nicht. Oh mein Gott, hat aber noch Hits kassiert. Oha, das drückst du mir so Hits. Was hast du mir für'n Hits gegeben gerade? Aber normalerweise ist es ja viel, viel besser. Das war's. Das war's wieder komplett. Am besten kann ich immer noch mit Reptil oder Jagdgewehr smipen. Äh, ja, Lan. Na, das war's wieder. Mann! Ich hab' keinen Bock mehr. Wie viel AP hast du? Müsst immer One-Shot sein, ne, Großvater? Nein! Nein! Nein. 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 Ich bin Küste. Boah, lass jetzt Duo spielen, okay? Okay. Ich spür' jetzt nur nochmal mit Bisse. Ich treff' nicht einen Shot. Boah. Ja, okay, lass jetzt, ähm, oder? Danke. Ich komm' gleich. Äh, Tore? Was baust du da schon wieder? Oh! Oh, ich hab' dich gerade weggelesen und zwei, drei, dreißiger und ein Headshot. Oh, ich hab' dich gerade weggelesen und zwei, drei, dreißiger und ein Headshot. Boah. Hä? Tita! Ey, Leute, ihr habt's gesehen. Das war wieder ein Shot des Monats. Mit 30 AP geholt. Hab' dir 170er gegeben. Aber, Leute, jetzt mal ernsthaft, ne? Eigentlich hätte ich ihn bekommen. Der erste Shot, der war nämlich Headshot und das hat nicht geltet. Oh, ich bist nicht. mit Blickert und die Piste. Oh, die, ohne Piste! 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 Oh! Was lauf? Oh, du hast grad kaum ned reingekackt! Nur mit 500 B... Trickshot! Oh mein Gott, war der knapp. Oh mein Gott. Ich hab mit Fistel auf der See gespielt. Ich bin gerade am Essen. Aber guck mal, es guckt nicht einer zu. Es guckt... Oh mein Gott, was war das gerade für ein Hit? Leute, ihr habt den Hit gesehen, Alter. Easy! Oh, bitte nicht schon wieder bauen. Nein, ich fall wieder runter. Olli, Olli, Bissar! Trickshot! Olli, Olli, Bissar! Olli, Olli, Bissar! Was war das für ein Hit? Was war das für ein Hit? Er kommt uns jetzt wohl spielen. Komplette Ehre. Komplette Ehre. Komplette Ehre. Komplette Ehre. Komplette Ehre. Olli, Olli, Bissar! Olli, Olli, Bissar! 170er hast du noch kassiert. Ist klar! Olli, Olli, Bissar! Willst du mir was sagen? Oli Oli Pisser! Oh mein Gott, komm komm! Oli Oli Pisser! Oh, du drückst mir nur komplette Hits halt. Hättest du sterben, sag ich dir nur. Nein! Nein! Hm? Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich dir das lecker weg gelasert. Komm, lass ich jetzt nur noch mit Sniper spielen, okay? Nur noch mit Sniper, nur noch mit Sniper. Hä? Ich hab ihn niemals mehr gesehen und du konntest mich einfach snipen, aber ich dich nicht. Äh, ich mach mehr Damage. Äh, einmal killen, probier ich dich noch zu... Killen! Ich hol ihn mir, ja, ich hol ihn mir doch gerade. Alter, die Waffe muss halt unendlich lang nachladen, ne? Machen Also mach bitte... Oh, was so? Oh, was sollte? Ich spiel ein bisschen. Ja! Oh, was ist das? meine die schieße ich einfach so alles kaputt hat den 392 und ein gesicht gegeben er war nein ja ich hab drei vierzig abheben ich habe mir wieder bei meinen Videos mitmachen wenn wir machen ohne bauen Ähm... 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 Der trifft jetzt. Der trifft jetzt. Ja! Der nächste Hit wird treffen. Ah! Ey, guck mal, ne? Der ist angefangen bei den Ion und das trifft nicht. Hä, wo bist du, Lan? Lan, wo bist du? Ach, da! Äh... Hall, hallo! Ich stehe in deinem Gesicht! Wo siehst du das schon? Hahaha! Ja! Machst du die ganze Zeit Noscopes? Ich... Ah! Ja! Doch! Haha! 392er Headshot! Nein! 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 Hab ich nicht! Nein! Hab ich nicht! Oh mein Gott! War der knapp! Äh... 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 Ähm... Warte, ich mach eben kurz mit einem anderen Bildschirm an. Warte nicht mich kühlen, bitte! Äh... Äh... Es guckt noch nicht mal mehr jemand zu, obwohl es egal... Hä? Ich hab nur eine! Ja, du kannst gleich mitspüren. Ich bin kein Team. Malik. Ich bin kein Team. Was baut du da für ein Scheiß? Ey, guck mal. Wir sagen, ohne Bauen, was macht der? Hund. Es guckt niemandem zu, aber ist egal. Bitte. Ich muss auf jeden Fall unsere Videos angucken, wir werden pro Tag immer lustiger. Ey Lan, ey Lan, ich verlass jetzt und spiel Duo. Ich verlass und... Ich spiel, ich spiel jetzt Solo oder Duo. Und... Äh, nein. Ein Penis ist doch ein Zielfernrohr. Aber guck doch mal. Einen Penis kann man auch so formen, dass es eine... ...eine Waffe ergibt. Alter, ich muss grad was trinken. Ey, komm, das Duo hier zu mir hin. Boah, es gibt noch... Boah, es gibt noch... Was ist das, Alter? Ey, ne? Tore, es gibt irgendwie noch Tests. Warte mal, Lan, was ist das? Eigenschrecktes... Warte, ich spiel in diesen Modus mal. Den kenn ich nicht. Ach so, ist das Turnier. Ähm... Ja, es ist elf und ich bin neun. Und wir reden. Ja. Äh... Äh, wir lachen die ganze Zeit rum für unsere Zuschauer. Und es guckt einfach niemand zu. Äh, Alter, verlassen mal. Mach bereit. Gut. Soll ich jetzt mal gucken, ob ich streamen kann? Warte mal ganz kurz. Ja, okay.